Die 30-jährige Klara Mauerowa lebt mit ihren beiden Söhnen, dem 8 Jahre alten André und dem 9 Jahre alten Jakob in Kurim bei Brunn in Schechen. Nach der Trennung von ihrem Mann überzeugt Klara ihre Schwester Katharina, bei ihr und ihren beiden Söhnen mit einzuziehen. Klara ist oft mit ihren beiden Söhnen draußen und wirkt wie eine fürsorgliche Mutter. Im Jahr 2015 lernt Klara dann ein 13-jähriges Mädchen namens Annika kennen. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die 13-jährige Annika erzählt Klara, dass sie aus einem Kinderheim weggelaufen sei und dass sie dort von verschiedenen Männern behelligt worden sei. Klara beschließt spontan, ihr zu helfen. Sie nimmt Annika mit nach Hause und sie und ihre Schwester Katharina beschließen, das Mädchen bei sich aufzunehmen. Klara hat selbst einen Abschluss in Pädagogik und Katharina arbeitet in einem Jugendzentrum. Annika integriert sich zunächst gut in die Familie und sie unternimmt einiges mit Klara und ihren Söhnen. Doch Klara hat eine undiagnostizierte Erkrankung, unter der sie bereits leidet, seit sie ein Kind ist. Sie hat öfters Wahnvorstellungen und bildet sich verschiedene Dinge ein. Unter anderem soll sie zum Beispiel behauptet haben, die Reinkarnation von Jeanne Dark zu sein. Diese Erkrankung war offenbar ein Grund, warum Klara von ihrem Mann verlassen wurde. Dennoch hat ihr Ex-Mann noch hin und wieder Kontakt zu André und Jakob. Auch Annika erklärt, dass sie einige medizinische Probleme hätte und in der folgenden Zeit geht Katharina mit ihr zu einer ganzen Menge von Arztterminen. Dass Klara sie zu den Arztterminen begleitet, möchte Annika jedoch nicht und Klara möchte ihr ihren Freiraum lassen und lässt sie mit Katharina gehen. Annika verbringt dann auch mehrfach längere Zeit im Krankenhaus und wenig später erzählt sie Klara von einem ihrer Ärzte. Sie kurz darauf nimmt dieser Doktor Kontakt zu Klara auf und erklärt ihr, dass er Informationen für sie über Annikas gesundheitliche Probleme hätte. Klara trifft sich dann mit diesem Doktor und zwar um Mitternacht in seinem Auto. Es ist schon dunkel und sie kann ihn kaum erkennen, doch sie nimmt an, dass alles seine Richtigkeit hat, da der Mann einige Dokumente von Annika dabei hat. Darüber hinaus zeigte ihr einen Diplomatenausweis aus Aserbaidschan. Er erklärt Klara einige Behandlungsmethoden für Annika, die zum Teil etwas merkwürdig anmuten. Darüber hinaus stellt er klar, dass Annika ihm berichtet hätte, dass Klaras beiden Söhne gemeint zu ihr seien. Klara erzählt ihm von ihren Plänen, Annika offiziell zu adoptieren, doch der mysteriöse Doktor sagt zu ihr, dass sie da wohl wenige Chancen hätte, solange Annika unter ihren beiden Söhnen leiden würde. In den folgenden Monaten konzentriert sich Klara voll und ganz auf Annika und bringt ihre eigenen Söhne meist zu ihrer Oma. Annika selbst redet Klara in der folgenden Zeit immer weiter ein, dass nicht Klaras Wahnvorstellungen, sondern ihre beiden eigenen Söhne der Grund für alle ihre Probleme seien. Sie erklärt ihr, dass sie die beiden anders behandeln müsse, um ihre Probleme aus dem Weg zu schaffen, denn sie seien der Kern ihres Übels. Klara ist auch weiterhin über Nachrichten in Kontakt mit Annikas Doktor, der ihr schreibt, dass sie ihre Söhne mit harter physischer Disziplin, also zum Beispiel mit Schlägen bestrafen müsse. Katerina, Klaras Schwester, die ja ebenfalls mit dem Haushalt lebt, unterstützt die Ratschläge des Doktors voll und ganz. Auch sie redet Klara immer wieder ein, dass sie die Jungs härter bestrafen müsse. Kurz darauf schlägt der Doktor eine sogenannte Schocktherapie vor und schreibt Klara, dass sie mit den Jungs in eine Sommerhütte fahren solle. Dort treffen Annika, Katerina, Klara und ihre beiden Söhne auf einen Mann, der sich als Jans Klover vorstellt. Darüber hinaus sind zwei weitere Personen da, ein weiterer Mann, der ebenfalls Jan heißt und eine Frau namens Hannah. Auf Jans Klovers Empfehlung hin werden Jakob und André vor Ort in den Hundezwinger gesperrt, während die Erwachsenen sich in der Hütte aufhalten. Sie müssen die gesamte Zeit, während sie sich dort aufhalten, im Hundezwinger bleiben und auch darin schlafen und Klara bekommt von Jan und Katerina die Anweisung, dass sie sich von nun an nicht mehr wie Andrés und Jakobs Mutter verhalten soll. Die Erwachsenen beginnen, die Jungs zu schlagen und drücken Zigaretten an ihnen aus. Das Ganze geht acht Tage lang so, dann fährt die Gruppe wieder nach Hause. Doch für Jakob und André fängt das Ganze erst richtig an. Zu Hause werden sie von Katharina, Annika und ihrer eigenen Mutter Klara in einen kleinen Raum im Keller unter der Treppe eingesperrt. Dort werden sie weiter misshandelt. André und Jakob haben in ihrem Gefängnis weder Matratzen noch Bettdecken. Sie müssen ohne Decke auf dem kalten Boden schlafen. Annika und Katharina denken sich alle möglichen Grausamkeiten aus und Klara macht mit. Ihr leiblicher Vater hingegen hat seine Söhne seit mehreren Monaten gar nicht mehr gesehen. Klara hat seine Besuche bei ihnen abgelehnt. Sie hat ihm erzählt, dass das Mädchen, das sie nun bei sich aufgenommen hat, Angst vor Fremden hätte. Kurz darauf hat der Vater einen Unfall und kann mehrere Monate lang kaum laufen. So entgeht ihm, was im Haus seiner Ex-Frau vor sich geht. Nach und nach vertauschen sich die Rollen zwischen Klara und Annika. Annika benimmt sich überhaupt nicht wie ein Kind, sondern redet ständig auf Klara ein und erklärt ihr, was sie alles machen müsse. Klara sagt später aus, dass sie Angst gehabt hätte, die Liebe von Annika zu verlieren und hätte deswegen mitgemacht. Wieder drücken sie Zigaretten an Klaras Söhnen aus und versetzen ihnen Stromschläge mit Elektroschockern. Sie verprügeln sie ihm oder drücken ihre Köpfe unter Wasser. Manchmal werden sie mit Handschellen an einen Tisch gekettet, wo sie stundenlang stehen müssen. Damit sie auch aus anderen Räumen heraus die Taten an den Jungs verfolgen können, installiert Klara schließlich einen Babymonitor. Hanna und die beiden Männer, Jan Sklover und Jan Turek, die auch in der Sommerhütte waren, kommen ebenfalls hin und wieder vorbei und beteiligen sich an den Misshandlungen von André und Jakob. Die beiden befinden sich bereits seit Monaten in ihrem Gefängnis im Keller und haben bis dahin dort kaum etwas zu essen bekommen. Doch dann entschließen sich Katharina und Annika dazu, dass sie André messen werden. Von nun an bekommt André wesentlich mehr zu essen und als er an Gewicht zunimmt, beginnen Klara, Annika und Katharina damit, ihm während er festgekettet oder gefesselt ist, ganze Stücke von Haut von seinen Beinen abzuziehen und diese zu essen. Dies geschieht mehrfach. André selbst muss auch davon essen. Die Schmerzen, die der Junge dabei ausgehalten haben muss und auch was es psychisch bei ihm ausgelöst hat, dass er von seiner eigenen Mutter, seiner Tante und seiner Adoptivschwester angegriffen wurde und sie alle von ihm gegessen haben, mag man sich kaum vorstellen. Anschließend wird der Junge jedes Mal wieder im Keller eingesperrt und dort sich selbst überlassen. Jakob verbringt ebenfalls die meiste Zeit noch im Kellerraum, er darf aber hin und wieder gefesselt im Haus sein. Währenddessen verbringt Annika ihre Zeit in einem schön eingerichteten Kinderzimmer und sie nennt Klara inzwischen ihre Mutter. Über ein Jahr, nachdem André und Jakob ursprünglich im Keller eingesperrt wurden, bekommen die Nachbarn von Klara ein Baby. Sie kaufen sich zufällig das gleiche Modell des Babymonitors, das auch Klara im Keller bei den Jungs installiert hat. Nachdem der Mann der Nachbarin den Monitor installiert hat und ihn einschaltet, sieht er eine unscharfe Aufnahme eines Jungen, der gefesselt ist und keine Kleidung anhat. Er kann kaum glauben, was er sieht und er weiß, dass das fremde Signal von irgendwo aus der unmittelbaren Nachbarschaft kommen muss. Er ruft sofort die Polizei an. Als sie eintrifft und bei den Mauerrovers klingelt, beginnt Annika sofort laut zu weinen und nach ihrer Mutter zu rufen. Jakob und André werden endlich von der Polizei aus ihrem Gefängnis im Keller befreit und Klara und Katharina werden festgenommen. Annika, André und Jakob kommen in ein Kinderheim. Dort redet ein Psychologe mit den dreien. Er ist völlig entsetzt von den Dingen, die André und Jakob ihm berichten. Sie erklären ihm, dass sie alle die schrecklichen Dinge ertragen mussten, da sie sich daneben benommen hätten. Der Psychiater vermerkt allerdings auch in seinem Bericht, dass die Jungs nach ihrer Befreiung relativ gefasst gewirkt hätten. Annika hingegen nicht. Sie sei völlig außer sich gewesen und hätte verwirrt gewirkt. Sie hätte Geschichten von mehreren Männern erzählt, in deren Gewalt sie gewesen sei. Dies hatte sie damals ja auch Klara erzählt, als sie von ihr aufgenommen wurde. Darüber hinaus notierte der Psychiater ebenfalls, dass Annika auf ihn älter wirkte als 13 Jahre. Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass Annika im Gegensatz zu André und Jakob, die am ganzen Körper Narben und Brandnarben haben, keinerlei Verletzungen hatte, obwohl sie ebenfalls von Gewalt ihr gegenüber berichtet hatte. Nach nur zwei Tagen verschwindet Annika dann plötzlich spurlos aus dem Kinderheim. Zunächst machen sich alle Gedanken. Die Behörden nehmen zu dieser Zeit noch an, dass auch Annika im Haushalt der Mauerrovers Opfer von Gewalt geworden ist. Klara hatte bei der Polizei ausgesagt, dass Annika als Baby am Haus ihrer Großmutter ausgesetzt wurde und dass sie sie aufgenommen hätte. Nach dem Tod ihrer Großmutter hätte sie Annika dann in ihr eigenes Haus geholt. Dass sie Annika in Wirklichkeit erst ein Jahr zuvor kennengelernt hat und dass sie in ihrem Haushalt mehr oder weniger das Sagen hatte, erwähnt sie vorerst nicht. Für die Polizei ist Annika ein Rätsel. Es gibt keinerlei Unterlagen von ihrem, die älter als ein Jahr sind und darüber, dass sie zuvor bei Klaras Großmutter gelebt haben soll, gibt es auch keinerlei Nachweise. Die ehemaligen Nachbarn der Großmutter sagen, dass sie dort nie ein Kind gesehen hätte. Die Polizei stellt also weitere umfangreiche Ermittlungen zu Annikas Identität an und findet dann schließlich heraus, wer sie wirklich ist. Ihr ganzes Leben ist eine Lüge und was die Polizei aufgedeckt hat, ist unglaublich. Annikas wirklicher Name ist Barbara Skolova und sie ist nicht 13, sondern 32 Jahre alt. Barbara wurde im Jahr 1974 in Brunn in Tschechien geboren. Sie hat eine Ausbildung als Musiktherapeutin und hat als Komponistin bereits mehrere Preise erhalten. Aufgrund einer Erkrankung namens Hypopituitarismus, die von der Hirnanhangdrüse ausgelöst wird, sieht sie optisch jünger aus und ist nicht so groß wie die meisten anderen Erwachsenen. So hat sie sich erfolgreich als die 13-jährige Annika ausgeben können und sich in Klaras Familie eingeschlichen. Barbaras Vater ist der Anführer einer religiösen Gemeinschaft, die sich die Bewegung des Grals nennt. Ob der Glaube und die Lehren dieser Gemeinschaft damit zu tun hatten, dass Barbara Klara dazu angehalten hatte, ihre Söhne einzusperren und zu misshandeln, konnte nie eindeutig geklärt werden. Jedenfalls hatte Barbara sich kurz nach dem Einzug bei den Mauerrovers Klaras Schwester Katharina anvertraut, das heißt Katharina wusste, dass eine erwachsene Frau bei ihnen im Haushalt lebt. Um dies vor ihrer Schwester Klara geheim zu halten, hätte Katharina Barbara zu ihren angeblichen Arztterminen begleitet. Katharina, die also in Barbaras Geheimnisse eingeweiht war, ist dann auch in die Religionsgemeinschaft ihres Vaters eingetreten. Darüber hinaus sind die drei Personen, die sich mit den Mauerrovers in der Sommerhütte getroffen hatten, ebenfalls Mitglieder dieser Gemeinschaft. Einer von ihnen, Jans Klover, ist der Bruder von Barbara. Auch er sowie der andere Mann, der ebenfalls Jan heißt und die Frau namens Hannah werden festgenommen. Ob der Vater von Barbara, also der Anführer der Religionsgemeinschaft, ebenfalls in die ganze Sache verwickelt war, ist nicht sicher. Es wird allerdings stark angenommen, dass er der mysteriöse Doktor war, der Klara immer wieder Anweisungen gegeben hat. Klara hatte ihn ja nur einmal im Dunkeln gesehen und kann ihn nicht beschreiben. Doch der Doktor hatte ihr ja einen Diplomatenausweis aus Aserbaidschan gezeigt. Barbaras Vater ist zwar nicht aus Aserbaidschan, doch er hatte einige geschäftliche Beziehungen dorthin. Bei Klara wurde nach ihrer Festnahme Schizophrenie festgestellt, so ist nun auch klar, unter welcher Erkrankung sie bereits seit ihrer Kindheit gelitten hatte. Nachdem dies alles aufgedeckt wurde, also wie alt Annika, nun bekannt unter ihrem richtigen Namen Barbara, wirklich ist und dass sie entscheidend dafür, was im Haus der Mauerrovers vorgefallen ist, mitverantwortlich ist, beginnt natürlich sofort eine Fahndung nach ihr. Doch Barbara hat das Land längst verlassen. Nachdem sie aus dem Kinderheim geflüchtet ist, hatte sie sich ihre Haare kurz geschnitten und es geschafft, unbehelligt in ein Flugzeug nach Norwegen zu steigen, wo sie sich wenig später einer Operation unterzogen hatte, um ihre Brüste zu verkleinern. Nun in Oslo posiert sie als der zwölf Jahre alte Adam und meldet sich in einem Wohnheim für wohnungslose Kinder. Dort wird sie aufgenommen und kurz darauf von einem Paar in Pflege genommen, das keine Zweifel daran hat, dass sie ein zwölf Jahre alter Junge ist. Monatelang trickst sie dort ihre Pflegeeltern, Lehrer und Sozialarbeiter aus, bevor sie schließlich auffliegt. Die Behörden haben schließlich herausbekommen, wer sie wirklich ist und sie wird endlich zu ihrem Gerichtsprozess nach Tschechien ausgeliefert. Für ihre Betrügereien und die Misshandlung von Klaras Söhnen erhält sie eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Klara Mauerhofer erhält eine Haftstrafe von neun Jahren und ihre Schwester Katharina erhält eine zehnjährige Strafe. Die drei Mittäter, Hanna, Jan Sklova und Jan Turek erhalten Haftstrafen zwischen fünf und sieben Jahren. André und Jakob sind nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen kurzzeitig zu ihrem Vater gezogen, der das Sorgerecht für sie erhalten hatte. Doch irgendwie hat dies nicht geklappt, möglicherweise wegen der neuen Freundin ihres Vaters. Er gibt das Sorgerecht der Jungs an die Großeltern, also an Klaras Eltern ab. Nachdem André und Jakob also zu ihren Großeltern gezogen sind, hat ihr Vater bereits nach kurzer Zeit wieder komplett den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Auf Veranlassung ihrer Großeltern haben Jakob und André dann wieder Kontakt zu ihrer Mutter aufgenommen und sie regelmäßig im Gefängnis besucht. Für die beiden Jungen also nicht wirklich ein Happy End. Klara, Katharina und auch Barbara sind alle bereits nach etwa der Hälfte ihrer Haftstrafe auf Bewährung entlassen worden. Barbara lebt weiterhin inzwischen offiziell als erwachsene Frau in Tschechien. Sie ist die wahre Inspiration für den Film Orfen gewesen. Was sagt ihr zu diesem wahnsinnigen Fall? Das einzig Gute, was man dazu sagen kann, ist wohl, dass es zum Glück keine Todesopfer gegeben hat. Ich bin aber natürlich sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert auch noch die Glocke, denn dadurch werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich!